hallo und herzlich willkommen zurück bei animalica so ich habe es mich getraut ich bin noch mal zurück nach kultzberg gefahren ja und es ist am besten immer nur die trinkflasche in der hand haben und dann gibt sie mal so rennen 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 genau so ich habe mir nämlich jetzt in kultzberg für diese marken und für 300 herzen also das muss man auch erstmal beisammen haben habe ich mir das jetzt gekauft mutter ins leyer das ist eine waffe ein typ schwert macht 22 schaden und das einzigartig also es gibt es nur bei dem händler und ich habe jetzt sicher mir halt ein bisschen gedacht wenn die jetzt ich weiß nicht ob das sortiment auch ändert oder ob weil ja jetzt jetzt nach schweller von vorne also erst denken dann reden die entwickler haben ja gesagt sie wollen den madman überarbeiten sprich wir finden jetzt keine von diesen grünen lilanen schwarzen schleimdinger mehr und deswegen wollen sie den madman händler überarbeiten und da habe ich jetzt ein bisschen angst dass vielleicht das sortiment auch geändert werden könnte deswegen habe ich mir da kommt jetzt wir kaufen uns jetzt das schwert falls das gleiche behält dann haben wir jetzt schleim und zeugs ausgegeben dann ist auch nicht schlimm genau so auf jeden fall interessant ist dass es schaden macht 22 attack speed 23 und hier ist unsere hauptlieblingswaffe slice and kill katana wobei das ja eigentlich schon cool ist und auch cool aussieht das hat nur 20 schaden und hat auch nur attack speed von 2,5 das bedeutet doch jetzt eigentlich ist das mit 2,3 attack also geschwindigkeit ist es doch schneller oder das heißt es braucht nur 2,3 sekunden bis es zu haut und das katana braucht 2,5 sekunden bis es zu haut also zwischen den schlägen oder lese ich das jetzt so richtig ich war ihr wisst ja ich ne und ja so und dann möchte ich halt jetzt auch wissen also das das sieht ja schon sehr schön aus wie sieht das jetzt aus wo das ist aber auch nicht zu verachten oder also es ist verdammt schnell wurde sieht das sieht schön aus es ist schade dass man das nicht so angucken kann irgendwie dass muss man in der hand drehen kann oder so aber so ein schwarzes schwert boah das sieht das sieht okay slice and kill es tut mir wirklich wirklich leid aber ich werde die waffe wechseln ich werde wahrhaftig die waffe wechseln ich meine slice and kill das war so eine schöne waffe die habe ich so gern gehabt aber ich glaube wir werden das jetzt wechseln die gefällt mir jetzt richtig richtig gut also wir brauchen hier hatte ich doch hier hatte ich noch einen pfeil den brauche ich nicht so dann hau mal die dinge weg jetzt habe ich halt gedacht wir haben in in high rose haben wir letztes mal gesehen dass es neue nester gibt ich dachte erst das ist ein dickes monster so zwar aber keins ich würde dann gerne gucken ob mein dorado dann vielleicht auch mehr nester haben als monster weil ich dachte letztes mal hätte ich da auch eben dicke monster gesehen aber das waren dann vielleicht nur nester sondern ich weiß ich weiß es nicht ich weiß es nicht also jetzt habe ich glaube ich irgendwo reingemüllt und hier genau wir hätten nämlich jetzt noch die möglichkeit dass wir ein eindings bauen hier ach ja und hier für shadow das ist der chemie tisch genau den dingen da kann man jetzt eben die ganzen dinge herstellen die ganzen tränke genau so weit hier kann man ja nur noch die tiere heilen und hier kann man halt jetzt da die muss man sich halt im werkbank hier dings bauen und dann kann man die tränke da auch wieder herstellen es hat sich ja geändert irgendwann mal genau so dann würde ich sagen schau ich kann man nach chemie tisch genau hier wäre dann der chemie tisch so ich glaube mittlerweile last ist auch schon lang gefunden so dann würde ich sagen hier settlement so wir haben eine apfelfarm wir haben eine kornfarm wir haben aber noch keine witt fahren ich weiß gar nicht was das gratis kümmer da dann irgendwas machen also bestimmt können wir da irgendwas machen ich weiß nur gerade nicht was tomaten haben wir haben wir haben wir haben wir das da haben wir tatsächlich noch nicht da wollen aber ein t2 okay da war ich auch überall doch nicht aber chicken farm hammer schon pick farm haben auch schon schaffarm bei euch t2 ich gucke nämlich gerade was man noch bauen könnte t1 das ist auch alles nicht möglich fischer mensch hat ich glaube fisch wäre ganz cool auch dann dann fisch wäre cool ich glaube wir bauen uns ein fisch da wäre sägemühle das haben wir ja schon das haben wir schon meiner sat ja jetzt jetzt suche ich wieder ich wohl war mir eigentlich klar dass ich da das und das mache da gehen wir metal scrap und empty cans da habe ich aber eigentlich genug von und die windmühle braucht auch t2 ich glaube wir machen die fischehütte ich glaube dann dann sind wir nämlich versorgt mit essen für immer also dann brauche ich auch nicht mehr nach amber hills den den armen leuten immer alles klauen dann machen wir jetzt das da anpinnen und dann fehlt mir praktisch doch noch mal ein t1 die finden wir aber eigentlich immer ganz gut so in der welt ähm ja genau oh timber habe ich gar nicht muss ich erst herstellen lockhammer dann straw rope cloth okay riemann auch noch hin ach quatsch falsch was ach so ich okay da rob dann kloss haben auch genug und straws das sind die heuballen genau holen wir die heuballen so dann timber timber muss man herstellen 160 kein problem kriegen wir hin das ist so können wir eh wieder einen ganzen schwung mehr herstellen ähm weapon tool material keine ahnung wie viel könnte man maximal nicht so viel machen wir mal 100 und kraften dauert jetzt ein kleines bisschen ich finde es irgendwie cool das ist jetzt so ein kleines geräusch im hintergrund wenn man jetzt anfängt irgendwas zu bauen da hat mal so das geräusch als würde sie jetzt irgendwo drauf hämmern oder so ich finde das total schön so und gleich haben was geht ihr eigentlich doch rucki zucki hier müssen wir auch noch genug locks haben und haben wir mal wieder ein bisschen was auf vorrat und jetzt die jetzt hier fishmans hat jawohl einmal kraften bitte sag fertig gehämmer zusammen gemeißelt alles gut so dann legen wir uns hin ich will vorsicht 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 ich will ich will genau und in dorado da könnten wir jetzt ach da muss ich hin in dorado müsste ich dann auch noch genug ding sammeln am 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 diese diese elders elders scroi wollte ich gerade sagen elders berry oder wie die heißen weil ich brauche noch zwei ich brauche ungefähr 100 oder 80 stück damit ich dann noch mal eine kiste bauen kann für unseren vielleicht t2 dingens da so timber kommt alles wieder da rein dann können wir hier nein doch kloss er ist verräumen das ist immer so das was am meisten arbeit macht so dann feuerlöscher bauen erst mal endlich feuerlöscher feuerleger praktisch eher feuerwerfer bauen wir dann erstmal nicht so dann lass uns hier hintergehen sind noch welche hunde böse ich traue mich halt auch nicht mehr meine ein zwei hunde da freizusetzen weil die mich dann angegriffen haben also ich würde sagen wir gehen hier noch mal hinter da haben ja eigentlich schon so so schöne kleine ich glaube ich müsste darüber halt die dinge ausholen wieder ich war faul ich war faul das ist alles noch da das wollte ich eigentlich gemacht haben vor der aufnahme okay dann gucken wir noch kurz hier ein bisschen clay eigentlich habe ich ja jetzt alles aber dann können sie halt weiter bauen und weiter zurückholen also dann könnte man nämlich obwohl wir könnten das auch bei der bananen dings hinbauen dann lassen wir hier das kleine dörfchen so dann gehen wir hier nämlich ein stück weiter es ist ja jetzt auch nicht mehr so weit und das sind ja meine ganzen tiere die die wuschel schäfchen ich finde die so süß und hier ist die schweine farm die eigentlich total böse ist und dann holen wir uns schinken da mal bestimmt irgend so ein kleines ferkelchen ich will gar nicht drüber nachdenken also die rentiere sind auch noch da ich war aber auch so frech ich weiß wirklich so frech muss ich schon sagen ich bin dann nochmal nach 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 wie heißt jetzt igels nest gefahren weil da ist ja auch ein haus in dem es dings gibt am am sagt mir am 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 ein weihnachtsbaum und habe ich dann natürlich auch geguckt ob da in den geschenken auch was drin ist aber die waren ja sage ich bin ich bin ich war ich war frech ich war böse so jetzt jetzt können wir das dahin stellen oder jetzt soll ich ja auch noch das gold das ist so oder soll man das hier dazu stellen das ist jetzt die frage hier werden eigentlich hier wäre eigentlich auch noch platz oder aber hier vielleicht hier sandes haus hin obwohl das sieht doof aus oder wie groß wie groß ist denn das ding so obwohl es so groß ist es gar nicht aber das wäre irgendwie cooler wenn ich dann sehe dazu bauen können alles klar okay dann haben wir hier die grapes noch ab dann bauen wir das doch da hinten neben die schweine farm oder so dann holen wir uns noch irgendwo ein teich glaube ich oder habe ich noch ein teich immer im dingens ich weiß es gerade gar nicht müsste ich gerade mal gucken so es ist es ist so übel es ist so übel zwar mal doch wieder überall nur die farm dinge ab so jetzt jetzt renne ich nur schnell zurück ob ich einen ob ich einen teich da irgendwo habe oder ja irgendwie sowas doch gerade da bellt jemand mich an böse keine ahnung aber hier dürfen ja keine gegner sein so habe ich ja noch ein teich drinnen nein okay eigentlich total bekloppt jetzt renne ich wieder über die gesamte karte alles wäre halt schön sonst muss ich halt nachträglich dann ein ein teich in klatschen so dekogramm habe ich hier ein teich drin nein das ist kein teich ähm wir könnten die mitnehmen habe ich hier dekogramm bitte bitte ein teich bitte bitte ein teich äh ne schade 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 obwohl wir nehmen hier die palmen mit so und die da lassen wir da okay schade okay noch mal zurück ich hätte halt jetzt gern aber das können wir nachträglich da noch hin klatschen einfach einen teich dazu bauen oder ja ja hier da geht es halt so nach unten so am wasser wäre halt auch schön aber es geht halt so nach unten dann dann steht das nicht richtig und ne ne mach mal dem so einen kleinen fischerteich oder so dazu so dann gibt mir noch mal die nummer 6 dann haben wir hier den eingang aber ich glaube so wäre das ganz okay so machen wir ein bisschen platz dazwischen und setzen wir das da so hin oder der hat ja der hat ja ein richtig schickes ding an der hat gar nicht so eine rohbahn also dann können wir hier nämlich dann fisch abholen natürlich jetzt wieder 24 stunden das mich hier hoch und der hat ein schönes kleines hüttchen und dann könnte man nämlich hier irgendwie teiche oder so dazu bauen und so und jetzt hätte ich gern ja jetzt jetzt bin ich wieder hier am dekorieren anstatt dass ich ne tschuldigung so dann kriegt er jetzt hier noch ein bisschen bäumchen dazu und dazwischen mama daneben haben ein teich oder zwei teiche wären auch cool die da auch dies auch noch schön groß oder wenn wir jetzt noch hier so dahinter hier so zack schön eingedings in palmen und dann kriegt er jetzt noch schön teich dann daneben und dann finde ich passt es ganz gut genau gut wunderbar wunderbar ja die anderen die anderen farm dinge brauche ich jetzt nicht abholen unbedingt gut dann würde ich sagen fahr mal jetzt aber noch nach dorado so das immer und überall schön ein bisschen mehr grün das ist so schön also wir können auf jeden fall den bomb kenne ich auch nicht aber gibt es jetzt auch neu bei dem händler vielleicht zum kaufen ich weiß es nicht der sieht aber lustig aus der sieht lustig aus wie so männchen mit mit langen haren und keine ahnung okay arm ach so ich dachte das ist ist aber nicht und dann wollte ich gerade draufhauen wie wie in seven days weil das sich auch geändert hat das wenn man zu viele spiele spielt dann kommt man total durcheinander da sind überall so lustige bäume sehr schön genau das da ist es dann ach ich glaube das ist nämlich gar kein monster ich glaube das ist dann ein nest so und ich würde das vielleicht ich glaube das ist ein nest ja und ich glaube ich würde dann hier das zeug vielleicht echt mal obwohl soll ich das dann befreien von von monstern ich weiß es nicht jetzt bin ich mir wieder nicht so sicher hat es jetzt richtig ein wasserloch hier unten das ist ja das ist tatsächlich jetzt ein wasserloch so schießt noch mal schießt noch mal so ja gut andererseits man könnte hier halt schön köpfe farmen und so ne aber dann gehen wir jetzt gerade einmal zweimal weg mit dir weg mit dir so ich sammle die jetzt auch nicht ein da ist noch mal einer da ist noch mal einer und schieß so die sniper finde ich mittlerweile auch richtig schön so und das da ist kein monster das ist ein nest hier wir reiten ein monster nein natürlich nicht aber es sieht halt echt so als wäre es ein monster als wäre das ein riesiges insektenviech mit tentakeln und mit so einem riesigen maul ja genau so können wir die dinger weg machen wenigstens oder geht nicht mehr das heißt hier brauchen wir jetzt auch schon einen flammenwerfer aber ich krieg dir nicht weg ich will das nächste eigentlich nicht mehr kam so was haben wir hier hat das ist kohle oder so ja aber ich finde es richtig schön jetzt hier diese irgendwie sieht es halt jetzt so aus damals ist hier irgendein meteor eingeschlagen oder die rakete von dr morse oder keine ahnung was und ja jetzt nach so und so vielen jahren wo wir hier schon leben und und aufbauen und tiere heilen hat sich praktisch die natur jetzt den krater zurückgeholt so könnte ich mir das jetzt irgendwie vorstellen sie sieht irgendwie cool aus also so sieht es halt jetzt aus und und mit dem regen und so ist jetzt hier wieder ein bisschen wasser das versorgt natürlich die bäumchen und ja genau mit ein bisschen fantasie macht das sogar sinn da nehmen wir mal hier die ganzen köpfe mit ich glaube ich habe alle und doch nie da müsste noch was sein da war gerade rot ah nee okay das war nur nicht ganz weg okay so dann gucken wir gerade noch in das andere loch ja dann ist das wirklich ach ja und da hinten war ja der rauch ne da waren wir da auch schon richtig gucken also es sind es sind jetzt halt überall viel mehr monster also es ist echt eine überlegung wenn man wenn einem das zu viel ist ob man dann nicht einfach sagt ja es sei denn natürlich mal zu viel gebaut dass man dann sagt ich fange von vorne an und macht dann den freundlichen modus weil die hunde fallen mir die schauen halt irgendwie aus wie die hunde aus resident evil oder aus seven days ich glaube das ist alles so ein bisschen ne gibt mir gibt mir es gibt halt immer diese ach da ist so ein fettes wieg das will ich auch noch umhauen also ist dann die rakete hier nein nein ist es nicht okay wo bin ich jetzt im kampf ich bin nicht im kampf okay da hinten zu dem skorpion möchte ich die droppen ja jetzt auch ähm auch dinge schuppen ganz nervös umgucken hier so aber ich glaube die sind gefährlich ich glaube die sind gefährlich also die aussehen tun die ja schon heftig vor allem wenn die dann so feuer spucken und so knochen gib mir das da ich weiß nicht wie nah ich da hin darf hey du skorpion okay kann man mal gucken wie weh der tut aber okay doch man sollte nicht wirklich nicht so lang mit denen spielen aber das sieht aus boah das sieht aus das Viech ich weiß nicht er sieht er sieht ich kann es nicht beschreiben er sieht auf jeden Fall aus wie ein skorpion und und ach er sieht cool aus Moment mal ach und hier Monster Skulls ne da hab ich ja doch hier da die schuppen ähm da finde ich nicht in Ordnung dieses kleine Zeltlager das gehört nicht euch die werde ich definitiv ausrotten ihr habt ja nichts zu suchen verstanden das ist einer meiner Rückzugsorte so hier die ganzen Barbaren erstmal wegmachen also komm her wie sieht der denn aus der wurde aber auch überarbeitet der sieht eher aus wie wie ein wie ein Ork oder so das ist ja cool so was okay du hast ne Maske auf okay also die wurden echt überarbeitet die sehen richtig heftig aus jetzt und das sieht aus wie so wie so ein Troll oder irgendwie sowas okay so Flammenwerfer das muss weg wir erobern das Zeltlager zurück und weg ist es so jetzt dürfte ich auch nichts mehr nachspawn also nehmen wir alles mit was habt ihr denn schönes korruptes Herz jawohl das brauche ich auf jeden Fall aber der da das sieht echt aus wie so ein Ork der sieht aus wie ein Ork aber richtig schön ne ich finde es toll dass die alles so überarbeitet haben ich finde das klasse so ach da ist da Pferdchen ist das so ein Pferdchen wo ich noch nicht hab vielleicht ne ich müsste eigentlich alle haben so dann nehmen wir das auch mit oh fallo nicht abbauen ja das sind die das sind die äh davon hab ich zwar schon aber na ihr wisst ja wo ist es jetzt wo ist es jetzt also eins liegt hier ich find die voll hübsch da genau Draftpony richtig so wo ist das andere jetzt da war doch hier am Kaktus irgendwo ähm Pferdchen Pferdchen hä ich hab das doch umgeworfen wartet mal kann ich hier irgendwo hoch hier pass mich mal bitte hoch ich muss mal kurz ach da okay wieso seh ich das nicht hier hier liegt's doch ach manchmal einfach ja ein bisschen ein bisschen hoch gehen und dann passt das so Onion okay nehmen wir mit Seil nehmen wir mit Kloss und das ganze alles mitnehmen immer alles mitnehmen ihr werdet das Zeug alles brauchen mit der Zeit nichts zurücklassen und nichts wegschmeißen man hab ich mich schon oft geärgert dass ich was weggeschmissen habe und dann gebraucht hab also jetzt gucken wir grad noch da hinten zu dem Nebere und dann ja auf jeden Fall also ich find Dorado sieht jetzt echt schön aus mit dem mit dem mit den Kratern da unten ja es ist immer noch so ein bisschen trist und und da oben ja da war man glaub letztes Mal da war ja nix Neues aber ich find die Karte nach wie vor auch schön ich weiß gar nicht ob der Händler auch ein neues Angebot hat dann im Sortiment aber ich glaube nicht ja so hier ach das war da in dem gerade ja gut das da müsste dann glaube ich auch ein Nest sein ja nein nein das da müsste auch ein Nest sein das sieht dann auch irgendwie krass aus wie so eine Blume irgendwie aber da gehen wir ja komm da gehen wir jetzt noch gucken bleib stehen du kannst sowieso nichts ausrichten gegen mich so und dann sammeln wir gleich auch wieder ein paar Hundeköpfe hier so zack zack so ok 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 das dürfte mir jetzt nicht wehtun oder so genau das ist nämlich auch wieder einfach nur ein Nest mitten drinnen mitten drinnen bete mich an du komische Pflanze nein natürlich nicht so und was haben wir dann hier ist das dann ist das auch ein Nest dann wahrscheinlich ich hau die jetzt auch mal weg so aus sicherer Entfernung natürlich aber die da unten die stören eigentlich nicht also wenn hier Monster rumkrebsen das interessiert mich eigentlich ziemlich wenig weil ich ja nicht hier unten rein muss und die kommen nicht nach oben so deswegen looten wir die jetzt mal da kann man halt dann immer mal wieder Herzen und und Köpfe und weiß der Geier was alles einsammeln deswegen ich will nur weg sein bevor die hier nachspawnen so jetzt will ich noch dahinter zu dem das gucken gib mir gib mir schnell zack jawohl so da lebt noch einer da lebt noch einer so jetzt lebt da keiner mehr so ach ach da lebt auch noch einer wo willst du hin natürlich willst du zu mir so dann sind das auch einfach nur schöne Blümchen ja genau jetzt wäre jetzt was ich steig da drauf und hab du flup zack gefressen genau dann ist das einfach nur das ist das Nest okay ich glaube das ist jetzt genau das ist alles nur clean genau mit dem Ding alles klar aber das möchte ich ja jetzt wie gesagt nicht guck mal wie schnell wieder nachgespawnt sind böse böse da kann man aber auf jeden Fall schön sammeln so okay ja weil ich dachte halt damals echt das sind alles Monster aber das sind halt wirklich jetzt Nester oder steht auch ein einzelner so komm mal einen Schritt näher komm mal einen Schritt näher so und jawohl wo war jetzt hier noch da war da noch ein Hund ne doch nicht so nehmen wir den da jetzt noch mit und dann verkrümeln wir uns ganz still und heimlich doch da liegt noch einer den nehmen wir auch mit bin gleich im Kampf weil wieder einer nachspawnt so sehr gut raus aus dem Grat und dann sind wir sowieso außer Gefahr so sehr sehr gut und genau oh ach ohne Nest jetzt ja jetzt rennt ihr da ohne Nest rum alles klar hat das hat das ah nee das sind zwei Pferde oh das sind aber nochmal Horsschuhs da möchte ich dann eigentlich doch hin so dann hauen wir euch mal kurz weg so euren Anführerraum auch platt und die werden dann wahrscheinlich immer wieder nachspawn weil halt kein Nest da ist das man zerstören kann oh 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 der lebt der lebt länger jetzt da ein Schuss mehr vertragen nachladen ach ja ich hätte nachladen können so erst nachladen bitte und dann schießen wir die Dinger weg weiß gar nicht ich glaube das macht keinen Unterschied ob es ein Headshot ist oder Dingens also ich hoffe jetzt nur dass bei denen das auch so ist da ist ach das ist ein Kaktus ähm wo waren wo waren ach hier Horsschuhs nehm mal mit ähm dass wenn man die liegen lässt dass die nicht so schnell nachspawn auch wenn kein Nest da ist ich weiß es nicht aber ich glaube nicht dass wir die ausgerottet haben die Skelett Pferde boah da gucken ja die Gedärme sogar raus guck mal das sieht boah ist schon krass gemacht ist schon echt heftig so alles mitnehmen alles mitnehmen komm gib mir das Pferdchen so na gut da war glaube ich der Krate ne ach da war ein anderes Nest glaube ich oh Horsschuh super können wir uns wieder Ponys kaufen ach das war das ja ja das ist auch wieder ein Nest genau ja gut ja gut dann würde ich aber sagen ich finde die neue Karte und was heißt die neue Karte es ist ja nicht neu es ist ja nur ein bisschen überarbeitet ich finde es auf jeden Fall sehr sehr schön und ähm ich finde die neuen Nester finde ich ehrlich gesagt richtig cool weil ich da erst Angst hatte weil ich dachte es ist ein Monster aber es sieht schon cool aus genau gut dann sage ich aber schon mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal 2 0